Musik Wir kommen von Moskirchen, von Famos und wir bedienen hier die Leute mit Kaffee, Mehlspeisen, verschiedenen Getränken und es macht mir sehr viel Spaß hier zu sein. Worauf freut ihr euch am meisten oder habt ihr euch am meisten bis jetzt gefreut? Ja, auf die Leute von Special Olympics, von den anderen Ländern die Leute, die Sport machen, die Menschen mit Beeinträchtigung, das interessiert mich sehr, weil ich finde es super, dass es für solche Leute auch sowas geht. Bei mir ja eigentlich auf die spannenden Wettkämpfe und auf die Helene Fischer. Musik Musik Musik